Im Lockdown, und das war ja genau die Zeit, wo Sie im Spital waren, da war dieser Kollege im Fernsehen sehr erfolgreich. Hat er Ihnen auch geholfen? Ich zeige Ihnen kurz den Kollegen. Guten Morgen, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Ja, natürlich. Der Herr Jelinek ist mein Fan, zumal ich ja überhaupt fürs Turnen unglaublich eingestellt bin. Immer schon. Ich möchte hier offiziell vor Herrn Jelinek warnen. Und bitten, man möge seine Waden ansehen. Wieso? Was ist mit Ihnen? Die sind dünn und stäbchenhaft. Wirklich? Wer solche Waden hat, der verführt einem dazu, auch solche zu kriegen. Also lassen Sie die Übungen sein und gehen Sie essen. Was haben Sie für Waden? Haben sich Ihre Waden verändert? Ich habe venöse Insuffizienz. Also ich habe ordentliche Waden, mein Lieber.